Hey, Johannes hier für Notebooksbilliger.de und ich bin derzeit auf der CES 2020 in Las Vegas und schaue mir am Stand von Lenovo das Lenovo ThinkPad X1 Fold an. Das erste faltbare Notebook bzw. Tablet von Lenovo. Im Mai 2019 teaserte Lenovo einen frühen Prototypen des ThinkPad X1 Fold an, mit dem Versprechen, es 2020 auf den Markt bringen zu wollen. Jetzt, 8 Monate später, stellt das Unternehmen auf der CES 2020 das faltbare Tablet erneut vor, nun aber in einer fortgeschrittenen Version, denn Mitte 2020 soll es dann endlich verfügbar sein und in diesem Video schauen wir es uns mal gemeinsam ein bisschen genauer an. Zuerst einmal ist es zugeklappt in etwa so groß wie ein Taschenbuch und findet somit in so ziemlich jeder Tasche Platz, was schon beeindruckend ist. Von der Größe her erinnert es mich ein wenig an die Netbooks von damals, wobei es sogar noch etwas kleiner ist. Das X1 Fold ist in Leder gehüllt, was zuerst einmal das Äußere, aber vor allem auch den Faltmechanismus schützt. Auf der Rückseite befindet sich dann auch ein in das Ledercase integrierter Kickstand, um das Gerät im geöffneten Zustand aufstellen zu können. Es wiegt rund 1 Kilogramm und geöffnet hat das faltbare OLED eine Bildschirmdiagonale von 13,3 Zoll und ein Seitenverhältnis von 3 zu 2. Geöffnet kann man es ganz normal als Windows-Tablet nutzen. Als Betriebssystem kommt hier Windows 10 zum Einsatz, aber es soll auch noch eine Variante mit Windows 10X auf den Markt kommen. Das ist dann eine spezielle Version von Windows, die für Dual-Screen-Geräte optimiert wurde. Im Inneren arbeitet ein nicht näher benannter Intel-Prozessor und optional will Lenovo hier auch 5G integrieren. Aufgeklappt ist es also ein 13,3 Zoll Tablet, welches dank eines Stylis auch für Notizen und Skizzen genutzt werden kann. Was ich persönlich aber eher nutzen werde, ist der Notebook-Modus. Lenovo bietet hierfür eine dünne Tastatur, die auf eine Seite des X1 Fold gelegt werden kann, um es als Notebook nutzen zu können. Hier schlägt mein Herz als alter Netbook-Fanboy natürlich hoch und wie ihr sehen könnt, ist das hier ein richtig mobiles Setup für unterwegs. Man kann die dünne Tastatur auch einfach dort belassen und es zuklappen und so hat man die Tastatur auch immer schön dabei. Natürlich ist das Display an der Stelle, an der es gefaltet wird, leicht gewellt. Das lässt sich auch nicht wirklich verhindern, wie wir auch bei Smartphones mit faltbarem Display gesehen haben. Mich hat es jetzt aber auch nicht wirklich gestört. Im Video seht ihr übrigens auch einen der wenigen Prototypen, deshalb bat man mich, auch das Gerät nicht zu rabiat zu behandeln. Immerhin kostet der Prototyp rund 20.000 US-Dollar. Es hinterließ aber trotzdem einen guten Eindruck, auch wenn es natürlich noch nicht das finale Modell war. Günstig wird das Thinkpad X1 Fold allerdings nicht werden. Die Variante mit Windows 10 wird Mitte 2020 auf den Markt kommen und eine UVP von 2.499 US-Dollar erhalten. Die Variante mit Windows 10X wird dann zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Und das war mein Hands-on, das Lenovo Thinkpad X1 Fold. Ihr könnt uns ja mal in den Kommentaren hinterlassen, was ihr von dem Gerät haltet. Ansonsten bedanken wir uns natürlich fürs Zuschauen. Also, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.